Wenn ihr bis zum Ende eurer Tage noch einen einzigen Forellenköder nehmen könnt, welcher bleibt? Lipvalor. Das ist gut. Also beziehungsweise einen Antem-Donor in zweieinhalb Gramm, entweder den M108 oder den KOTF. Obwohl, ich würde dann gar nicht mehr angeln. Wenn ich nur noch einen Köder nehmen würde, dann gibt es das hier alles ja gar nicht mehr. Ich würde aber eine Lipvalor nehmen. Ja? Ja, ich bin viel flexibler. Wäre das für dich, Forellenangeln bis zum Ende der Tage? Ich mag das Aktive schon sehr gerne, aber du kannst ja auch aktiv mit deinem Lipvalor angeln. Ich bin ja viel flexibler als nur mit einem Spoon. Felix, der Allrounder. Und ich kann flach angeln, ich kann tief angeln, mit einem 2,5 Gramm Spoon. Kannst du das auch, aber ich bin flexibler. Also du würdest ein Lipvalor nehmen? Ja. Ich denke, meine Wahl wird auf dem Spoon hinauslaufen. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare. Lipvalor oder Spoon? Gummi oder Spoon? Oder Wobblum?